Im letzten Saison bleiben schon in der Welt des Laufs. Die gleiche Schlussung der Champions League. Auf jeden Fall! Noch einmal ein Fettelheim unter dem Fahnen, in einem Schall. Sich im Heimschluss noch im Fettbewerb lassen. Das ist das Ziel, was wir heute noch haben. Wir gehen hier bei der Liga. Wir sind ganz gerne wieder in den Lauf. Wir waren gerade noch fünf Spiele, die wir bei der Liga, um die Ausbildung zu wollen. Wir haben auch noch vorzunehmen, denn wir sind unser Teil auch der Liga. Was ist der da noch? Ja, ich glaube, dass wir noch den Zuschauern einen ganzen Lauf zu Hause noch einmal ein richtig wunderschönes Fußballspiel zu sagen. Wir glauben, wir freuen uns auf die Bergsteine, wir haben die Gäste, mit der Gäste bei der Liga. So ein breites Geschenkland gelaufen. Zudem, dass wir den zweiten Teil haben, dass wir die DTB-Ausbildung sich aufgenommen haben. Ganz besonders genau, dass wir die Gemeinschaft und Stadt ganz besonders schnell etwas noch vor Ort mit den wirが auf den Weg derands conviction nicht mehr zu gehen und noch nicht zu der Gemeinschaft verschreiben, aber wir haben uns zu tun, als wir gar nicht mehr zu tun.